Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Schlachtel mit Leiden 2 The Age of the Ring Mod. Wir werden in dieser Folge den Gegner überrollen und dafür gibt es genau einen wichtigen Grund. Ich habe die nächsten Folgen schon aufgenommen. Ich habe original vergessen, dass ich diesen Kampf noch fertig machen muss und habe einen neuen Kampf. Ich kann es ja teasern, wir haben in der Festung gekämpft, einen Fortdurchs-Kampf haben wir gemacht und ich habe original vergessen, dass wir das fertig spielen müssen. Hups, bedeutet, was wir heute machen, bedeutet, wir müssen diese Folge auch durchkommen mit unseren Kämpfen und ich glaube, wir haben vorbereitet, dass wir da oben durchmarschieren. Ich kriege langsam Hunger. Wie viele Trolle haben wir? Haben wir überall Trolle? Wir haben den Palast der Heratrim erweitert. Haben wir nicht mehr Trolle produziert? Die Orux sind kampfbereit und wütend. Wir haben die großen Belagerungswerke erweitert. Alter, ganz ehrlich, ich baut jetzt hier nochmal einen Troll-Kirke wickeln. Braucht mehr Trolls. Haltet euer Werkzeug bereit. Braucht mehr Trolli-Trolls. Macht dich nützlich. Macht, was euch befolgt hat. Was soll ich denn ohne Trolle? Ihr wisst, was zu tun ist. Und wir nehmen Grund mit, glaube ich, oder? Wenn sich das Geld um mich nicht ausgeht. Oh, da kommt noch ein Orux-Kirker. Wollte da gerade jemand sagen, mehr Truppen können wir nicht zu fehligen. Die Ostlinge sind angekommen. Da kommt immer mehr geil. Ah, das sind alle dicht. Wir dürfen mal. Der Käfig für die Tolle steht bereit. Nicht zurückfallen. Geil, Tron-Kirfig ist ready. Was soll wir tun? Wir haben jetzt auch noch mehr Käfig. Wir kämpfen für Leute. Wir haben die Tolle Käfig hier. Wir haben die großen Belagerung. Belagerungswerke erweitert. Ihr Wimmeltest von Feinden. Könnt ihr mal bitte auf den da gehen? Da ist der Kolumb. Er kriegt langsam Hunger. Das Schlager wird angekratzt. Zuhören. Das wollen sie von unten gegen uns kämpfen. Ich glaub's ja kaum. Macht, was euch befolgt wird. Baut. Ja, natürlich kommen sie da oben nicht in uns an. Wo? Ich hab jetzt vergessen. Wo war Gollum? Wo denn? Da unten immer noch. Was wollen sie denn machen? Wir in Schrecken jagen. Oh, diesmal kommen sie damit. Und dann? Hallo. Achtet auf, Feinde! Das ist ihre Festung. Hallöchen. Das ist das, was wir holen jetzt einfach alles. Das ist das, was wir holen jetzt einfach alles. Das ist das, was wir machen. Pfeile bereit machen. Das sind auch Feinde. Bleibt wach. Hier fertig. Die Leute macht man die da fertig. Das ist das, was wir machen. machen leute los der feind der zeit ist in unserem lager dann kommt die schon her wieder der 0 und eure bilden okay jetzt wir haben wir sie besiegt letzten der rest ist hier ja Hallo, Gebäckstroll. Können wir hier noch ein paar Rammlern rauslassen? Sie sind schon weit weg, Mama. Oh lol. Wir brauchen Nervos-Sprays-Attack. Deswegen sollten wir nicht in Einheiten zurücklassen. Scheiße. Nick meine Türme. Ah, die war nicht. Mach dich nützlich. Oh, dieser neue Gebirgstroll ist gefährlich. Sie greifen uns an. Alter. Sie haben den Gebirgstroll aus seinem Käfig gelassen. Jetzt kommen die schon wieder daher. Ich glaube, sie kommen. Ich bin nicht verarschen. Also, warum kann ich das jetzt nicht einsetzen? Oh, das muss ich das einsetzen. Wir greifen uns an. Diese neuen Orkorden riechen noch schlimmer als die alten. Ich mache jetzt wirklich das Lager an. Der macht ordentlich damit auf jeden Fall. Das ist schon mal vorteilhaft. Wollen hier ein paar Nachträume. Vielleicht tun wir da noch ein bisschen Dauereinheiten daraus. Ihr wisst, was zu tun ist, dass ich noch alles aus der Grube strömt. Wir müssen langsam wieder kommen. Jungwunsch ist also. Volt, grad fragen, wohin schießt er? Jürich habe noch ein Geburt. Y. Eine neue Horde. Was werden meine Türme machen, wenn ein Troll kommt? Ja, ja. Jetzt wird ein Orks gebaut. Und zwar in Masse. Kann ich jetzt nicht? Gibt es hier nicht so ein Horn direkt, dass man... Ah, ne, das erste hinter... Ich sitze mal auf dem anderen Weg wie sonst jetzt. Diesmal halt auf volle Massen. Also richtig Massen. Massen an einen Händen einfach. Ihr wisst, was zu tun ist, macht euch wieder an die Arbeit. Noch ein Angriff. Baut Orks über Orks. Schick die neue Ramme. Die greifen das Lager an. Ach, eine neue Horde. Rammen. Da tun wir doch auch Damage. Das sieht man leider nicht, ne? Warum ist da mein Baumeister dabei? Jetzt kommen sie. Doch, jetzt kommt mein Masse-System. Jetzt kommt einfach Masse zum Tragen. Wir planen jetzt sozusagen mit dem Rammen von hinten rein und ein bisschen ärgern. Wir planen jetzt mal ein Muma-Kill-Hausbauen, ha? Mach dich nützlich. Was sowohl davon halten werden? Diese neuen Morkroden riechen noch schlimmer als die Alte. Okay, flit, umdrehen. Ich habe ihn geschehen. Golubra! Hm. Er sieht immer Golubra, wo? Oh, Jull. Wir können nicht gewinnen, euch bereit sein. Ich rieche können nur rum. Was ist denn einfach raus jetzt? Wir können die Produktion hoch genug halten, dass wir sie dauernd trennen. Wir produzieren es einfach in Masse nach. Das darf halt absolut kein Problem werden. Aufwachen, ihr Maden! Seht nur, wie die Orks aus der Grube strömen. So lange das kein Problem ist, dass wir sozusagen von denen Masse produzieren, was ich mir jetzt als erstes mal nicht so schlimm vorstelle. Diese neuen Orkroden riechen noch schlimmer als die alten. Da ist die Lager. Wir trüben schon die Augen. Aus wasser Kumpel, wird sich auch zu erheben. Der Feind, der Kräft hat uns. Verteidig das Lager. Jetzt kommt hier nochmal eine Orkproduktion hin. Weil wir nicht mehr eh die billigen. Das ist halt wirklich eine... Reine Billigproduktion jetzt. Und mehr und mehr gibt es mir gerade gar nicht. Come on. Schnell, wir brauchen Rohstoffe! Aufpassen! Hierher! Jetzt stürmen wir. Ja, schicken uns Frische raus! Na ja, der Trollangriff hat jetzt leider nicht so viel gebracht, wie ich ihn mir erhofft hätte. Nein. Der Freund kämpft noch. Komm, wenn ich jetzt den Perk noch kriege, dann kann ich Masse produzieren. Das war richtig Masse. Wir haben die ganze Zeit Angriffe, Leute. Das ist jetzt nichts Neues. Wann ist der jetzt? Bleib wachsam! Wimmeltest von Feinden! Und diese neuen Schrauben riechen noch schlimmer als die Alten! Aufpassen! Attackerunterlager! Wer kümmert sich um den Olifanten? Wer kümmert sich um den Olifanten? Jetzt wird gekämpft! Noch eine Orkare kommt aus der Grube! Hm, jetzt kommen wieder viele Orkern. Jetzt geht es mir darum, ihnen das Geld ein bisschen auszuleihen, weil die haben so viele Einheiten. Das kann ja nicht auch funktionieren. Let's try, wie gut der ist. Okay, so gut ist der vom Damage her nicht. Dann kriegst du gleich das Gebäude noch kaputt. Mach mal Gebäude kaputt, nur in Runde. Ah, eine neue Horror-Dogs! Everything changes. Outro